Willkommen meine Damen und Herren zu UP Brisant. Noch immer halten veraltete und komplizierte Vorgänge die Menschen an der Universität Potsdam in Atem. Wir sind live vor Ort und sprechen mit Betroffenen. Sehen Sie selbst, wie prekär die Situation tatsächlich ist. Ich hätte mal eine Frage. Sie haben wahrscheinlich keine Zeit, da die Situation sehr zuspitzt. Es ist trotzdem ganz kurz. Wie kommen Sie mit der Situation klar? Oh, keine Zeit. Das muss heute noch abgestimmt werden. Das muss heute noch raus. Okay. Wie erwartet eine sehr zugespitzte Situation? Mann, du doofes Teil. Hält das richtig? Kann es sein, dass Sie auch noch keine Hilfsgüter bekommen haben? Was? Hilfsgüter? Welche Hilfsgüter? Ja, tatsächlich eine verfahrene Situation. Neue Hilfsmittel sind vor Ort, kommen aber nicht bis zu den Betroffenen. Mit hohem technischen Aufwand versucht man zur Stunde die Lage in den Griff zu bekommen. Aber welche Anstrengungen werden konkret unternommen? Dazu jetzt eine Live-Schaltung zum Einsatzleiter im Krisengebiet. Guten Tag, Herr Higgs. Hallo. Wie wird ganz konkret momentan versucht zu helfen? Ja, wir sehen, dass viele Personen immer noch in ihren E-Mails sensible Daten unverschlüsselt übertragen. Hier können wir direkt mit DFN-Zertifikaten helfen. Eine andere Möglichkeit ist die Bereitstellung einer App, die die Navigation auf dem Campus für alle vereinfacht. Zurzeit entwickeln wir noch ein System für alle Mitarbeiterinnen der Universität Potsdam, indem sie online Beschaffung durchführen können. Ich muss Sie leider unterbrechen. Uns erreicht gerade eine dringende Eilmeldung. Wir schalten direkt zu unserem Korrespondenten Heinz Hütchen. Wir wissen noch nicht genau, was hier passiert ist, aber anscheinend ist es soeben... Moment, ich habe gerade aktuelle Regieinformationen über UP Pad erhalten. So wie es aussieht, wurde hier gerade versucht, auf primitivste Art und Weise zu kommunizieren. Dieses Kommunikationsmittel wurde anstelle von Adobe Connect verwendet, wo weshalb jemand stolperte. Anscheinend wurde dieses alte Transportmittel zur Datenübertragung verwendet. Ein weiterer Hinweis dafür, dass Dienste wie Box UP noch nicht bei den Menschen angekommen sind und damit zurück ins Studio. Vielen Dank an unseren Korrespondenten Heinz Hütchen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung und ich verabschiede mich von Ihnen. Aktuelle Informationen zur Lage finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.uni-potsdam.de. Diesen Beitrag können Sie natürlich jederzeit in unserer Mediathek Media UP abrufen. Auf Wiedersehen und Ihnen einen schönen Tag. www.uni-potsdam.de.de Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. So einfach geht das? Wow. Na, da werde ich mal hingehen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020